Ich bin Dominik Börli vom Gasthaus heute mal zu Buenas. Wir machen dort ein bisschen Meunier. Zuerst waschen ihr den Fisch schnell unter fliessendem Wasser oder in einer Schüssel. Dann wird alles schnell mit Haushaltspapier abgetrechnet. Dann wird der Mittelgrot rausgeschnitten und auf der Seite noch abpariert, wenn es noch ein bisschen Grötchen dran hat. Ein bisschen Handballpeterchen fein hacken. Fisch salzen und mit der Bauchseite unser Reismehl lecken. Die Bratpfanne auf den Herd stellen. Erhitzen. 20 Gramm Butter und 20 Gramm Olivenöl dazu geben. Den Fisch mit der mellierten Seite nach unten in die Bratpfanne legen. Circa 2 bis 3 Minuten in die Pfanne anbraten. Dann müssen wir den Fisch verwenden. Petri dazu geben und nur noch ganz kurz auf dieser Seite ziehen und gerade auf den Teller anrichten. Ganz am Schluss den Fisch mit dem Butter übergießen. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Nachkochen.